Hey Leute, cool dass ihr hier reinschaut und herzlich willkommen zu einem neuen Video Ja Leute, es ist endlich soweit, heute starten wir mit der neuen Stadt und sie hat mittlerweile einen Namen bekommen und ich finde den Namen richtig cool und zwar heißt diese Stadt City of Community und das ist einfach cool, weil in dem Namen direkt drin steht, was die Stadt eigentlich ist und zwar eine Stadt von der ganzen Community, wo wir zusammen dran bauen und wo jeder mitmachen kann und die uns als Community so ein Stück weit auch definiert oder auszeichnet, deshalb finde ich das richtig cool und ich bin jetzt gerade auch schon in der Welt, wo das ganze stattfinden wird, also genau hier in diesen Räumlichkeiten sozusagen wie das ganze stattfinden und der Stream, also der erste Stream, der kommt heute um 17 Uhr also das könnt ihr euch schon mal fett im Terminkalender eintragen und was ganz wichtig ist, warum ich das Video eigentlich mache schaut euch bitte, bevor ihr mitbaut auf dem Server, meine Website an und zwar den Bereich, wo es jetzt extra den Bereich gibt City of Community, falls ihr das noch nicht gemacht habt, schaut euch das ganze an, damit ihr einen groben Plan habt, was so abgeht also weil ich will nicht, dass nachher irgendwelche Leute kommen und irgendwelche Fragen stellen, die eigentlich schon klar sind das heißt, geht auf die Website drauf, auf die Seite und dort findet ihr Informationen dazu, was wohin kommt also so eine grobe Gliederung gibt es da schon, einfach damit ihr da Bescheid wisst und genau damit diese Fragen geklärt sind und ansonsten wird es auch immer wieder News und sowas genau auf dieser Seite geben, also die wird eigentlich über das ganze Projekt hin immer aktuell und immer sehr relevant oder interessant für euch sein also genau, die Website habt ihr ja, jannesgerzen.com eigentlich ganz einfach, wenn man meinen Kanal kennt und genau, das wollte ich einmal ansagen und dann freue ich mich natürlich schon mega auf später, auf den Stream und hoffe, dass möglichst viele von euch dabei sind und dann würde ich sagen, bis dahin, haut rein meine Freunde und bis dann, warum bin ich halb durchsichtig? hmm, egal, haut rein meine Freunde, ciao, ciao